So, und damit herzlich willkommen zur zweiten Runde YouTube is live. So, das Video wird gerade hochgeladen, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen wollte. Ich wollte hier studieren gehen, ne? Eindeutig studieren gehen. Gut, dann lernst du mal ein bisschen wieder essen und schlafen könntest du auch, aber davor musst du eigentlich noch ein Video machen. Obwohl, ich hab dich ja damit auch ein bisschen informiert, Zeit zu schlafen, bla bla bla. Ja, Mann. Wenn ich zu müde bin, dann gehen mir die Ideen aus und jede Aktion wird automatisch unterbrochen. Also muss ich schlafen gehen und mich auszunehmen. Achso, das, was ich erzählen wollte, das wusste ich schon. Das heißt, diese Dinger hier, diese Glühbirnen, wo drei steht, sind sozusagen diese Möglichkeiten beim Schneiden, dass ich halt, wenn ich mehr Punkte habe, besser schneiden kann. Und wenn ich davon zu wenig habe, dann kann ich halt nicht schneiden und das ist ein bisschen blöd. Gut, essen, naja, gehen wir auch essen. Alla, Glückwunsch, du hast Level 2 erreicht. Wenn du ein weiteres Level aufsteigst, kannst du neue Ausdauerpunkte, Skills, Videoclips und weitere Objekte im Laden freischalten. Klicke auf den Erfahrungsbalken, wenn du die freigeschalteten Gegenstände ausführlich sehen möchtest. So, sehr gut. Du hast einen Talentpunkt bekommen. Jedes Mal, wenn du ein Level aufsteigst, bekommst du einen Punkt, den du zum Verbessern und Entdecken neuer Arten von Videos investieren kannst. Komm und nutze deinen neuen Talentpunkt. Gut, hier ist das mit den Talentpunkten. Du, dein Lieblingsspieler, nehme diese auf und teile bla bla bla. Okay. Damit hat er mich schon ein bisschen erkundigt. Alles hier, das Casual finde ich irgendwie nicht so geil. Also diesen kompletten Pfad hier oben finde ich nicht so cool. Ähm, oh, obwohl das ist auch cool. Die Aufzufuhrheit eines Spiels erhöhen sich mit der Anzahl von Videoaufnahmen. Aber hier unten ist es ein bisschen cooler, weil erster Eindruck ist, wenn man das erste Gameplay-Video aufnimmt und so ist das cooler. Du bekommst 6% mehr Abonnenten, wenn du das anspielst und ein Review machst oder ein Unboxing machst oder so. Ist auf jeden Fall cool und deswegen will ich hier unten den Pfad gehen, Leute. Hier hat man nachher Möglichkeiten, verschiedene Videoarten zu machen. Also eine Preview, eine Review und Unboxing und sowas. Und das finde ich geil. Das finde ich echt geil, Leute. Man kann noch ein bisschen mehr Möglichkeiten schaffen, ne? So, gut. Wir gehen jetzt noch mal was futtern, weil der kleine Spast hier ein bisschen Hunger hat. So der kleine Spast von, ähm, Aki Sakito. Gut, dann futtern wir mal was und dann würde ich sagen, machen wir auch schon wieder ein neues Video. Weil das hier jetzt Zeit wird, ne? Die Leute warten nicht lange. Oh, wir können jetzt auch eine Preview machen. Machen aber noch ein Gameplay zu diesem tollen Spiel hier. Gut, und dann starten wir das auch schon. Und das ist auch wieder ein neuer Erfolg, den wir machen müssen. Kaufe ein Spiel. Das machen wir auch mal gleich. Und wenn wir das Spiel gekauft haben, können wir auch gleich ein neues Spiel aufnehmen. Das ist auch super. Und wir sind echt gut. Wir haben gerade die perfekten, äh, Voraussetzungen, um was aufzunehmen. So, zack. Der zweite, äh, der zweite, der zweite, 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 große, ja, mit Schlagezeichen, Kampf des Lebens. So, Kampf des Lebens. Das, das hört sich auf jeden Fall fresh an, Leute. Das ist ganz okay. Hypen, ey. Man kann hier sogar ein Video hypen. Also, ein bisschen beliebter machen. Das machen wir mal gleich. So. Wir müssen beliebt werden, Leute. Wir haben jetzt schon mehr Abonnenten als ich auf meinem Hauptkanal. Traurig, aber ich habe tausendmal mehr Aufrufe. Ähm. Sinnloser Kommentar machen wir natürlich. Hauptmenü. Ja. Hauptmenü. Was soll man da sagen, ey? Singender Kommentar. Fröhliche Äußerung. Hier können wir nochmal richtig gut Energie reinbuttern, weil wir ja noch sehr viel haben. Das ist der letzte Punkt. Gut. Gut. Dann machen wir einmal das rein. Das rein und das rein. Schöner können wir es nicht setzen, obwohl doch. Wir können es so setzen. Dann ergibt es noch ein bisschen mehr Sinn. Wählen natürlich keinen, obwohl doch. Wir müssen einen Titel wählen und machen einen weichen Fokus. Wieso hier unten die Renderpunkte verschwinden, weiß ich nicht, aber okay. 59% Interesse, Inhalt, Videoqualität, alles ganz in Ordnung. Ja, ja, ja. Hochladen, hochladen, hochladen. Alles hochladen einfach. Alles hochladen, Leute. Ah ja, stimmt. Ich kann ja nicht gucken, was es dann jetzt da gibt. Dann gehen wir nochmal studieren. Wie sieht es dann aus hier unten mit dem Prüfungsdatum? Ja, ich will nur so ein bisschen in den grünen Bereich kommen. Ich will nur ein bisschen in den grünen Bereich kommen. Sagen wir zum zweiten grünen Balken. Also, dass ich dann hier ungefähr bin. Das reicht schon. Dann können wir uns viel besser wieder auf YouTube konzentrieren, Leute. Und gehen nochmal ein bisschen arbeiten. Gehen ein bisschen Schuhe putzen, ne? Wir gehen ein bisschen Schuhe putzen, Leute. Hier oben haben wir auch noch ein paar neue Karten, sehe ich gerade. Schreibt es doch einen Kommentar, bla bla bla. Das hat diese ganzen Karten, die ich mir gar nicht angucken müsste. Auch nochmal so lang. So, fertig mit Arbeiten. Oh, es ging flott. Das Video ist immer noch am Hochladen. Okay, dann gehst du nochmal eine Runde studieren. Haben wir jetzt, ey, diese ganzen Karten. Wieso kommen da so viele? Gut, die Mutter da wartet schon auf mich. Der zweite große Kampf wurde ein großer Erfolg, Leute. Es hat einfach sehr, sehr viele Likes bekommen. Wer hat dieses Video bearbeitet? Lass mich weg. Kriegst du so schlecht, sagt die Erika. Du Putzel. Scheiß Menschen. So. Was sagt denn meine Mom? Hallo? Oh. Sie umarpt mich, Leute. Du hast eine ganze Menge in dieser Woche gelernt. Herzlichen Glückwunsch. Mach weiter so. Ey, Leute. Ich bin super. Ah ja, genau. Wir können hier unser Video nochmal heiten. Für 15 Dollar können wir es herum erzählen. So kann ich hier kein Hashtag und sowas setzen. Egal. Machen wir einfach mal ein bisschen herum erzählen. Dann wird das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gehypt. Hier so ein bisschen. So, dann gehst du nochmal was futtern. Äh, warte. Super Anthem Blade wurde. Ah, für Dol PC. Das heißt, wir können uns denn noch ein Spiel kaufen. Also einkaufen und dann holen wir jetzt ein neues Game, was wir direkt let's playen werden, Leute. Beziehungsweise wir können eine Preview sogar dazu machen, glaube ich. So, los geht's. Come on. Hier gab es irgendein neues Spiel. Ähm, Lord Blablabla, nein. Hä, was ist so? Hallo? Das sind die einzigen Spiele? Ne, das hier ist das neue. 15. Januar. Es ist anscheinend nicht so beliebt, aber wir kaufen es einfach mal, weil es neu ist. Also, können wir es kaufen. Zack. Haben wir ein neues Spiel gekauft. Ja, ich will den Laden verlassen. Gut, dann warten wir ganz kurz, bis das ankommt. Wo wir gehen in dieser Runde noch einmal studieren. Und dann, wenn es gleich ankommt, machen wir eine schöne Preview damit. So, öffnen. La, 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 la. Oh, noch ein Spiel wurde veröffentlicht. Okay. Alter, Leute. Es werden die ganze Zeit gerade Spiele veröffentlicht. Neues Gaming-Video. Wir machen jetzt aber auf jeden Fall ein neues Gaming-Video zu diesem Spiel hier. eine Preview und starten das Video natürlich von Subterrain Blade Preview. Ja, hallo? Video fortsetzen. Dankeschön. So, hier können wir nichts ändern. Und dann ein geiles Spiel mit Schwertherrn. So, das wird bestimmt richtig gut laufen, Leute. Wir haben schon 4k Abonnenten. Das läuft echt super. Gut, hier machen wir erstmal eine winkende Begrüßung. Ich finde, das ist echt trash. Eine fröhliche Äußerung. Wir haben halt nichts anderes, was irgendwie passt an der Stelle. Können wir wieder was passendes legen? Natürlich wieder eine fröhliche Äußerung. Leute, ich habe gerade so viel Energie. Ich mache nochmal einen lustigen Kommentar am Ende. Und diese Energie muss halt genutzt werden. Gut, dann machen wir es so. Zack, zack. Und zack. Geiler wäre es irgendwie, wenn wir es so machen würden. Aber, obwohl, nee, gar nicht war. So, okay. Ähm, dann nochmal. Welcher Fokustitel wählen? Rendern. Das dauert so lange, Leute. Das ist unfassbar. Interesse ist auf jeden Fall sehr gut. Hochladen. Ich erinnere mich jetzt. Als ich in mein Zimmer kam, entschied ich mich, es umzugestalten. Klicke auf dein PC, um einzukaufen. Ich will keine Dekoration kaufen. Das ist doch das Dümmste, was man machen kann. Das Geld einfach zu rausschmeißen für Deko. Papierkorb, bla 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 bla. Ja, Leute, ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Ich muss einfach nur meinen Arbeitsplatz verbessern. So, alles unnötig. So. In der Zeit gehen wir nochmal studieren. Obwohl, brauche ich überhaupt so viel studieren? Ja, okay. Das war das letzte Mal studieren, Leute. Dann gehen wir nur noch arbeiten, das große Money machen und ja. Das machen wir. Alter, es kommen einfach immer neue Spiele. Ich komme da gar nicht nach. Neues Gaming-Video. Obwohl, nee, wartet mal. Weg hier. Wir müssen uns wieder einkaufen gehen. Wir müssen uns wieder das neue Spiel kaufen. Oh, der Computer arbeitet noch. Gut, jetzt geht es aber. Oh, so geil ist das nicht geworden, das Video. Einkaufen. So, ein neues Spiel ist wieder rausgekommen. 17. Januar. Oh, Twisted Sunshine ist echt teuer. Echt teuer. Hier ist auch ein neues Spiel. Ah, das hier ist halt sehr, sehr beliebt für 60 Euro. Hä? Okay, ich muss meinen PC anscheinend reparieren. Info. Reparieren. Ja, da streikt mein PC ein bisschen. Hä? Ja, ich kann es jetzt nicht mal mehr hypen. Okay. Irgendwie will gerade gar nichts gehen, Leute. Es will einfach gar nichts gehen. So, der Typ bearbeitet jetzt gerade mal meinen PC ein bisschen. In der Zeit könnte ich ja eigentlich schlafen gehen oder auch gar nicht. Ich kann gar nichts machen. Vielleicht war das kurz ein Tutorial. Das wollte ich mir einige neue Komponenten im Computerladen ansehen. Ich konnte einfach per Klick aufrüsten. Aufrüsten. In diesem Laden kannst du alle möglichen Sachen kaufen, um deine Arbeitsstation aufzuwerten. Jede Komponente für sich hat einen eigenen Renderpunkt. Oh, und man könnte auch die Bearbeitungssoftware aufrüsten, um mehr Effekte hinzuzufügen. Okay. Bearbeitungssoftware haben wir aber gar nichts. Hier, ähm, GPU. Äh, CPU meine ich. Oh, alles irgendwie ein bisschen besser. Ich warte mal, bis die Sachen ein bisschen besser im Shop werden. Ich will mir nicht irgendwie dieses billige Zeug kaufen. So. Würde ich aber sagen, äh, Prüfungsdatum. Ich muss noch einmal lernen gehen. Einmal lernen noch. Oh, fuck. Ich wollte eigentlich noch ein Video machen. Ach mal, Leute. Scheiße. Und ich wollte mir ein teures Spiel kaufen. Fällt mir gerade ein. So. So. Einkaufen. So, come on. Dann machen wir gleich nochmal ein geiles Video, nachdem wir ein geiles Spiel eingekauft haben. So, amazing on. Was gibt's denn hier für ein neues Spiel? Das ist vom 17. Januar. War ja noch dieses ganz, 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 ganz teure. Das kaufen wir uns einfach mal. Ja, hallo. So, Alter. Sehr, sehr teuer. Hallo. Kaufen. Alter. Hab ich 10.000 Mal draufgedrückt und dann will es einfach nicht kommen, Mann. So. Machen wir gleich einfach mal ein Gameplay-Video dazu, weil ich schon ein paar Tage im Verzug bin. Eine Preview wäre, glaube ich, nicht mehr so geil. So, öffnen. Neues Gaming-Video. Machen wir direkt das neue Spiel, Leute. Direkt das neue Spiel. Dann ein schönes Gameplay dazu. Wow. Was ist denn das? Sunshine in the Magic Kingdom. Magic hat überschwemmt statt. Mann. Stadt. So. Leute. Rechtschreibung ist auf jeden Fall super in diesem Video. Wenn das die Leute nicht liken, dann verstehe ich es auch nicht. Was, ich verliere Abonnenten? Ich mache doch gerade ein neues Video, Mann. Nervt mich nicht. Ich tue doch schon alles, was ihr wollt, Mann. Machen ganze Zeit Videos. So, ich finde, ich einfach arbeiten wie eine Maschine. Das ist schlimm. Eine fröhliche Äußerung. Und am Ende. Wow. Wir haben hier schon sogar vier Dinger. Eine mördische Äußerung. Eine mördische Äußerung. Und weiter. Und jetzt haben wir sogar schon vier Schnittteile. Oh, krass, Leute. Das ist echt, das ist echt heftig. Echt. Das ist, das ist krass. Gut, jetzt können wir irgendwie immer nur noch eins nehmen. Ich weiß echt nicht warum. Vielleicht brauche ich einfach neue Computerkomponenten. Ich weiß es nicht. So, hochladen. Dann würde ich sagen, gehen wir schlafen. Und nochmal was essen. Und dann gehen wir nochmal arbeiten. Ja? Okay. Sechs Stunden arbeiten. Oh, das macht unser Typ schon. Das Video lädt ja gerade eh noch hoch. Alter, dauert das lange. Oh, bitte, Mami, bitte. Ich habe doch gerne gelernt. So, aber mehr werde ich nicht lernen. Tut mir leid, Mom. Jetzt gehe ich nur noch arbeiten. Das reicht bestimmt für eine 3 oder eine 2 oder so. Oh, das Video ist aber schon gleich fertig. Das geht ein bisschen zu schnell für mich. Ach, Video. Entspann dich doch ein bisschen. Entspann dich doch einfach ein bisschen, Video. Boah. Sehr gut. Du hast eine Menge in dieser Woche gelernt. Wenn du so weitermachst, bekommst du vielleicht ein Geschenk. Ich will aber nicht weiter lernen. Ich will jetzt arbeiten gehen. So. Sieht auf jeden Fall gut aus. Können wir nochmal in der Runde schlafen gehen. Und dann gleich ein fettes neues Video produzieren, Leute. Machen wir direkt einen zweiten Part von dem Video. Gerade eben. Wieso ist das so kacke? Du solltest keine Videos machen, wenn du zu müde bist. Hä? Wer hat dieses Video bearbeitet? Lass mich weg. Oh Mann, nervt mich nicht. Wieso? Ich war doch gar nicht so müde. Alles hat geklappt. Mann. So, okay. Ich mache noch ein Gameplay-Video. Diesmal bin ich nicht müde. Ich bin einfach heftig, Leute. Ich bin einfach heftig. So. Fortsetzen. Die zweite... Sonde. Ohne Übermüdung. Ja? Alter, die nerven mich. Die nerven mich einfach. So. Jetzt eine coole Begrüßung, Leute. Eine coole Begrüßung. Wir sind heute mal ganz souverän dabei. Ähm. Ein lustiger Kommentar. Ja. Ich bin heute mit richtig viel Elan dabei. Ich packe richtig viel Energie rein. Ein singender Kommentar mit viel Energie. Und natürlich am Ende nochmal etwas, was gar nicht passt. Ein sinnloser Kommentar. Gut. Ich merke, dass ich etwas mit Malzwein nehmen müssen. Kreise. Ähm. Dann nehmen wir einmal das hier. Einmal das da. Einmal das da. Und... Nein. Andersrum. Ja, komm. Wieso verschiebt sich das immer so? Und so. Dann ergibt das ein bisschen Sinn. Weil ich ja Fokus und Rendern. Interesse 64%. Ist auf jeden Fall besser. Video Qualität ist auch wieder hochgegangen. Black 1000 Level ist auf jeden Fall fresh. Und dann können wir das wieder hochladen. Hypen will ich irgendwie nichts gerade. Hm. Und dann können wir wieder in der Sonde arbeiten gehen. Für 20 Dollar. Ja. Wir gehen wieder arbeiten, weil. Ist auf jeden Fall gut. Ich muss nachher natürlich auch wieder arbeiten gehen. Also im echten Leben leider. Eieieiei. Und ich werde mir heute auch noch diesen WoW-Film angucken. Also ich nehme das alles noch am Donnerstag auf. Ich weiß nicht, wann diese ganzen Videos rauskommen werden. Ist auf jeden Fall gerade der zweite Part. Studieren will ich nicht. Ich will nochmal arbeiten gehen. Komm. Geh einfach nochmal arbeiten. Und danach können wir uns um deine Bedürfnisse kümmern. Also schlafen und das Essen. Halt doch ein bisschen Cash. So. Schlafen. Essen. Weil ich will ihn immer auf das höchste Niveau halten. Sodass die Videos auch richtig fett werden. Weil irgendwie melden sich keine Freunde. Ich spiele ATV Mix. Wurde für Honey irgendwas veröffentlicht. Gut. Oh. Ich habe wieder ein Talentskill. Sprachgewand will ich jetzt gehen. Denn du bekommst 6% mehr Abonnenten mit angezockt Reviews oder Unboxing-Videos. Gut. Machen wir. Und dann machen wir. Erfordert Sprachgewand. Okay. Dann gehst du jetzt nochmal essen. Und dann machst du wieder ein neues Gaming-Video. Natürlich machen wir jetzt wieder ein anderes Spiel. Hier. Das sieht noch ganz gut aus bei den Statistiken. Machen wir hier einfach noch ein Gameplay gleich. Dann sagen wir. Ein harter Boss-Five wird das bei Lord Battle for Gameplay. Okay. So. Wir haben schon fast 6000 Abonnenten. Oh. Wir haben hier 6000 Abonnenten. Das ging ein bisschen flatterer als ich dachte. Okay. Gut. Dann geht jetzt hier wieder das Video los. Fortsetzen. Ähm. Ein harter Boss-Kampf mit Feuer. So. Ein harter Boss-Kampf mit Feuer, Leute. Das wird, glaube ich, ein richtig gutes Video. Eine winkende Begrüßung. Oh. Irgendwie nur ein Energiepunkt finde ich jetzt nicht so feierbar. Aber ein sinnloser Kommentar. Ich fette hier noch andere Sachen einfach rein. Weil ich brauche das. Ich brauche das, Leute. Ich brauche viel Energie in diesen Videos. Ich brauche sehr, sehr viel Energie. Das lange erwartete Spiel Counter-Streak wurde vor Doll-PC veröffentlicht. Okay. Dann kann ich gleich nochmal ein anderes Video holen. Gut, Leute. Machen wir hier weiter. Dann schneiden wir den Scheiß noch. Zack. Äh. Oh. Ich kann das gut zusammenschneiden. Eine Sache fehlt nur leider. Aber egal. Rendern tun wir das. Und dann kaufen wir uns gleich nochmal Counter-Streak. Wenn das gehen würde. Aber irgendwie meldet sich da gerade keiner. Und ich erzähle das nicht dumm. Ne, ne, ne. Wir gehen jetzt nochmal arbeiten. Zweimal für... Oh, ne. Einmal dafür. Und dann nochmal arbeiten für 20 Dollar. Ist auf jeden Fall gut. Dann kümmern wir uns einmal um Zeitung auszutragen. Einmal um Autos. Dann sind wir wahrscheinlich wieder kaputt vom ganzen Leben. Weil wir wieder so kackmüde sind. Dann können wir gleich auch nochmal nur so schlafen und essen gehen. Und machen dann wieder das nächste Video. Denke ich. So, komm. Geh wieder arbeiten, mein Freund. Geh wieder arbeiten. Du hättest auch in der Garni erst nach Hause kommen. Ja. Verpiss dich. Verpiss dich. So. Meine Mutter ist auch irgendwie den ganzen Tag am Putzen. Weshalb auch immer. So. Dann würde ich sagen, legst du dich in eine Sonde schlafen. Das ist eh noch am Hochladen. Das dauert irgendwie Jahre. Und man konnte einfach zweimal arbeiten gehen. Und das ist immer noch am Hochladen. Das ist krass, Leute. So, und dann gehst du noch nur so ein Essen. Das Video ist nämlich eh gleich fertig. Ergebnisse anzeigen. Ja, war ganz gut, ne. Das ist insgesamt verdient. 17 Dollar haben wir durch das Video bekommen. 2k Abonnenten und 16k Aufrufe. Das ist echt nice. Alter. Aber durch ein Video so viel Aufrufe, ne. So krass. So, und dann, wenn wir hier gefordert haben, können wir wieder ein neues Spiel einkaufen. Und dann, boah, Leute. Das wird krass. Wir holen uns jetzt einfach das nächste Spiel. Und wir haben 200 Dollar. Das ist heftig. Ich bin echt ein Rich-Typ. So, Amazing on. Und dann hier Broken Words. Ist das das neue Spiel? Ne. Counter-Streak? Hallo. Was kommt das Trick? Hier. 26. Januars. Kaufen wir uns. Zack. Und dann erscheint es auch heute. Was? Ich hab... Hallo. Ich hab ganze Zeit gelernt, Mann. Nervt mich nicht. Scheiße, Mutter, echt. So, gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Das ist heute schon wieder 20 Minuten lang geworden. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.